Der Gründe, weshalb ich trotz allem, sage ich mal Hebamme, bin. Ich kann es immer nur wieder sagen, es ist eine Berufung, es ist ein Herzenswunsch, den ich hatte. Und genauso ist es auch einfach, wenn man die schönen Seiten auf den Blick hat. Mein Hauptthema sind eben die Missstände. Aber wenn man mal Geburt erlebt hat und die Kraft, die dahinter ist und alles, was wir können, ist es super schön.